Hallo Freunde, für einen weiteren Map, wahrscheinlich hatte ich die Stars Soft Run. Wir schauen mal rein und let's go! Ich sehe richtig, sind es 29 Felder. Naja, wir gehen fast an die 0,19 Kram. Also nicht die Map, aber die ultra guten Dinge. Äh, ok. Das ist eigentlich eine Flörschie rein vorne. Alles ist eigentlich gut. Alles sehr gut gemacht, ist eigentlich schön. Ok, keine weiteren Fragen mehr. Nicht großer Lagerwagen. Seemaschinen, recht großer Pflug. 1,724 Mario Fans. Ok. Ok. Ich denke, gut ist, die sollen direkt anbauen. Wofürig. So, das ist alles gut. Wofürig. Lagerレben. Wofürig. Wofürig. Wofürig! Wofürig, wofür! ... Pfff! Ah ja... Alles schon kaputt. Ja, schön. Das ist ja okay. Hier rein. Das ist ja wirklich gut, keine Idee. Das ist ja wirklich gut. Keinen Plan. Das ist ja wirklich gut. Das ist ja wirklich gut. Du Pfeifensalat. Das ist ja wirklich gut. Das ist ja wirklich gut. Ja. Das ist echt super gemacht hier. Das ist ja wirklich gut. Ja, das ist ja schön. Also wie gesagt, ich könnte die mit dir selber ein bisschen kundschaften. Ja. Das ist ja schön. Ich muss ablagern. Hüttner und wärmer mich da so Annen autofluft Annen autofluft Annen autofluft Annen autofluft es wird sie leser Nein, jetzt schauen wir mal, ich zeig schon, wir sind hier noch. Ja, wir sind hier echt schön gemacht, ja. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen schönen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr die mehr gefunden habt, ihr findet sie toll. Bitte, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen schönen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent ist, bitte abonniere mich, wenn ihr noch ein Abonnent ist, bitte aktive die Dokumente, nichts anderes wird es verpassen. Folgende bitte auf Twitter und Instagram, ist mein Titel, bitte über den Abonnenten. Dort ist auch mein Seilkanal für den Simulantruppe, schau mir da vorbei und tschau Leute. Und da ist nur ein Abonnenten, das auch passt. Tschüss冇 of dieuce! Istiiiiignal being so Chance!